Hallo? Wer ist Karte? Wie immer? Also wir machen doch ein paar Wörter. Hä? Achso. Was denn? Wo bin ich? Hast du mich hier reingemacht? Ah ne, ah ja, stimmt. Wollte ich da einbauen. Ja? Ja, wir hatten gerade einen Kurzschluss. Ich wollte jetzt mal hier kurz rumfingern. Fingern! Wollte auch eine Liste. Ähm, ich muss ja den anderen Ton anmachen. Und ich bin wieder den Laptop der Vorstellung. Boah, ich kann weiter spielen. Ja, nein. Boah! Schlimm, oder? So. Kann ich endlich wieder verstehen. Mein Gott! Oh! Was war das jetzt für eine Folge 5, oder so, oder? Also ich habe noch 5 Folgen ohne Bett. Also... Ist es nacht? Guck mal. Jedenfalls habe ich ja... In der letzten Folge... Dermaßen das Schreck! Und so... Und der hat aber... Der hat auch einen Best-Off davon gemacht. Ja, der hat so ein Best-Off gemacht. Und so... Und so... Das ist mal geil. Oder so... So... Ähm... Die Mini-Stimme so... Boah! 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 Was habe ich für eine Rüstung? Boah! Ach so, ich habe Schuhe! Oh mein Gott, ein Gesicht! 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 Yeah! Oh mein Gott! Ich bin eine Geiste! Hm... Ich glaube der Keiner... Äh... Ich war... Ich glaube der Keiner... Ich glaube der Keiner... Ich glaube der Keiner... Oh! Der geht weiter! Ich glaube der Keiner... Ich glaube der Keiner... Lalalalalala... Lalalala... Da liegt auch eine Rolle, ne? Alter... Hör. Oh mein Gott, ein Gesicht! Oh mein Gott, ein Gesicht! Was ist das komplett anhört? Oh mein Gott! Also was ich! Ich weiß das nicht! Ich weiß es nicht! Was ist es? Huuach! Sack!! ... ein Yogurtboy oder wie das hieß. Joghurtboy?! Yogi-Sack! glecke ich im endlu Up! Der steht Tambata! COLE Aaaaaaaaaaah! Yeah! Ja, ja, ja! Ich bin vorbei! Es ist vorbei! Hast du bei deiner Ausgabe um Kohle gefunden? Hhhhh! Alter, noch mehr Kohle! Ohne Kohle, Ohle, alles ohne! Yeah! Jaa! Hhhhh! Geil! Hier ist mit Robert Maylinger. Hahahaha! Uuuh! Nein! Das ist doch Scheiße! Ich kann mich nicht mehr hoch. Da hab ich noch einen! Nein! Ich muss mich nicht mehr hochgraben! Warte! Ich grabe mich mit einem Holzblock hoch! Aus dem anderen Dickens! Ich meine! Schreib mal in die Kommentare, wie groß das Wimps gehört! Klein! Es ist Tag! Es ist Tag! Du könntest vielleicht kurz zeigen! Ich denke, sie könnten auf meinen Bildschirm gucken! Wenn du schon gewusst es da wär! Haha! Weil ich spiel in keiner anderen Dimension! Hm, doch! Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Warum nur? Hey, du Schwein. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Eine Whorehound! Von Julien! Hallo Domi! Der Land Dog! Nein doch nicht doch nicht doch nicht! Ich bin ja scheißegal! Ich hab Angst! Da draußen 20 Monster sind oder so! Oder auch nur 3! Hey! Blöde Schnäppel! Das hier nochmal kommt wieder ehrlich sein! Ich hab das nur gesehen! Ich hatte deinen Namen nur gesehen! Ich hab mich nur gesehen! Und außerdem hab ich deine Folge gesagt! Das hast du gar nicht! Doch, als du mir die gezeigt hast! Nein, das glaubst du mir nicht! Warum du hast mir bei deiner Oma gezeigt! Was macht denn das hier Ding? Das ist deine Tulpsstange! Tulpsch! Ich habe viel! Hast du das Superropper? Nein! Du bist der Arm! Ich hab das Superropper! Super! 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 Wir stehen auf Pipi! Ich hab Pipi gemacht! Ja! Ich hab super Pipi gemacht! Mama, ich hab Pipi gemacht! Oh, super, mein kleiner Pipi! Ja! Das klingt dummisch! Nein! Ich hab Schubel! Nein! Nein, bist du dumm! Hey, wieso schläfst du? 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 Wieso hast du größere Schub? Hä? Wieso hast du größere Schub als ich? Weil du das grad machst! Keine Ahnung warum. 0... 1... Hörst du jetzt mal auf? Ich mach jetzt Gebettpartys! Mann, hör auf! Ich will ja was sehen! Ich kann doch Chat-Out machen, wenn ich sonst nicht geb! Klexi! Boah, du kalt dein Haus ab! Ne! Das ist Klexi! Der macht Klexi! Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? So halte ich noch! Na gar nicht! Ich mach Glas kaputt! Ich bin jetzt Glaszerstörer! Yeah! Machst du auch Glas kaputt! Nee! Sonst bist du nämlich nicht cool! Hä? Bist du cool? Bist du? Willst du cool sein? Nein! Anscheinend nicht! Ja! 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 Ich hab kein Holz mehr! Hab ich was in der Gegeben? Ja! No! Oder ich hab Tieren! Cool! Cool! Supi! Takara-Zombi! Supi! Takara-Zombi! Supi! Takara-Dambi! Was? Takara-Zombi! 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 Takara-Dambi! Takara-Dambi! Oh! Oh! Takara-Dambi! Takara-Dambi! No! Takara-Dambi! 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 Sta-Dambui! Kamala-Dambi! Takara-Dambi! Takara-Dambi! Takara-Dambiene! Ich hab keineacağım! Ich hab ikke von dem! Na, ich hab nur dem, Ich hab keinen Mann moet, Mike! Könnt' du das wohl? Joah! Kann ich so was? Hä? Ist stark ist stark ist stark ist stark! Ist stark? NEIN! Ist stark ist stark ist stark ist stark ist stark! Pakistan! Jetzt kommen noch 20 Endermans rein! Wo? Du böse Sch**t! Du hast mich eingelegt. Du hast mich eingelegt! Du hast dich eingelegt! Hey, guck mal, mein Schrank. Der ist doch kaputt. Der ist egal. Es war so Usu-Kraft. Usu, kaputt zu haben. Du gibst mir einen Usu. Du hast die Tür kaputt gemacht. Na und? Ist mir wurscht. Nein, die ist doch nicht kaputt. Kaputt. Du hast die Tür kaputt gemacht. Nein, kann ich nicht. Hast du kaputt gemacht? Warum? Du hast die Tür kaputt gemacht. Ich bin Usu, du Deutsche also. Also ich bin schlauer als du. Ey, wir haben sehr geändert in der Klasse. Was? Wir haben sehr geändert in der Klasse. Echt? No, der ist jetzt nicht geblieben. Ich habe arme Schweine. Wir haben mehr Mädchen in der Klasse. Ja! Wir haben mehr Jungs. Und neben mir sitzt die gleiche wie Selina. Was ist das? Achso, cool. Neben mir sitzt die gleiche wie Selina. Nein! Also die sieht so aus wie Selina ist es aber nicht. Was? Da geht ja leider noch nicht. Oh Gott! Ich will gar nicht vorstellen wie das weitergeht. Ich brauche? Also! Eine? Dann schiebst du es einfach? Nein! Nein! Ich bin sacht! Nein! Ich kann mir keinen Witzsack machen! Nein! 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 Das ist ja scheiße. Wohr! Ich hau dich bitte. Hacke, du dummes Fink. Der ist bei mir! Und? Lass mich doch! Lass mich fett! 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 Ja, ich denk das von dir, ja! Also! Hör lieber auf mich! 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 Du kleiner Pfanne! Ich sperr mich jetzt aus! Ich bekomme was essen jetzt. Hä? Baum? Ja Baum. Schön! Ich bekomme was anderes als Baum! Muuuuuuul! Ich bin ein Hähnchen! Muuuuh! Ich bin ein Hähnchen! Wer baut sich hier bei mir rein? Einschüppeln! Wer traut sich hier in meine... Reis einzukringen? Wer traut sich hier in meine Arme und Brot zu trinken? Wer traut sich hier in meine Arme und Brot zu trinken? Wer traut sich hier in meine Arme und Brot zu trinken? Wir sind ganz verschieden! Große und Kleider! Kleider! Dicke und Günder! Ich hab ganz verschiedene! Ja, guck mal kurz mal an! Hä? Guck mal kurz mal an! Nach dem Bewerb aufgelösen! Jeeeeee! Was ist hier für ein Drahtauf? Bimmeln! Was ist hier für ein Drahtauf? Bimmeln! Bimmeln! Will dir niemand hören, dein Bimmeln? Was? Was? Wow! Du hast recht nicht vor einem Licht da! Du hast recht nicht vor einem Licht da! Beruhig wieder! Ja, ich meine! Oh mein Gott! Was ist hier für ein Drahtauf? Was? Wollt ihr so enden wie Tom Tomassen? Was? Wollt ihr so enden wie Tom Tomassen? Alter, ich stamm! Nein! Ich wollte so enden wie Tom Tomassen! Alter, ich stamm! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Ich bin so dumm! Ich weiß nicht, Alter! Wollt ihr mich Tom Tomassen? Ja! Nein! Nein! Ich bin so dumm! Ich weiß nicht, Alter! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, Alter! Nein! Ich bin so dumm! Uuuuuhhhhhh! Uuuuuhhhhhh! Oh Gott! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Schön! Dann fang ich mal an! Pippi Langstrom! Ah! Haha! Nicht witzig! Wie ist eure Lärm? Cool! Jo! Dann drinnen! Ah! Es ist Tag! Und noch... ...denn? Ob ich Deutsch habe! Oh mein Gott! Das ist eine Spinne! Oh mein Gott! Ich hab' dich mit Holz! Au! Oh mein Gott! Ich brauch' Eisen! So, ich mach' das ähnliches Wasserbrot! Ding! Oh mein Gott! Das Schwein! So eine riesen Zuckerroße! Achso! Ähm! Heiße Angelegenheit war das! Ja! Nicht heiße Sache! Hab' ich im Buch nachgeguckt! Da stand das dann an der letzten Seite! Nein, was was ist denn? Eine Höhle! Ach, eine dumme Spinne! Wo? Du hast nämlich eine Spinne! Such jetzt noch mal mein Haus! So meine unterirdische Höhle! Das ist doch! Eine junge Obdachlose dumme Spinne! Das ist nicht! Nein, eine Höhle! Was kriegst du denn für Angst vor? Hau! Wie viel Klopfen? Das Höhle! Das Höhle! Das Höhle! Das Höhle! also, ey, wir sind da bei irgend 30 Dinge, die wir nehmen, weil ich weiß nicht, ich bin so, nein, tu mir nicht, ey, und dann der goldene Apfel, dann, padabah, nein, tu mir nicht, du blödes Huhn, oh mein Gott, du verfreust mich, ey, du scheiß Huhn, ey, was hast du davon, wenn du mich verfurbst, wo bist du nur mein hübsches Haus, hey, du bist hier, nein, doch nicht, keiner bei mir sollte, wenn du mironesst, ey, du bist da, ey, du blödes, bei Das ist ein anderes Leben, was mir da fängt, nicht? Ich finde meinen Eingang nicht mehr. Das ist alles. Ah hier. Das ist mal so ein Minion, dann ist es nur ein neues Leben. Hoho! hoher mein Gott, dein Willinger ist dir gefolgt Hey du Willinger! Hast du Probleme? Den kommt die Punkt Du folgst mir Genau Hast du kein Leben? Den kommt die Punkt Das ist ganz gut Kann man auch nicht so unterirdisch und die gute Wasserfalle machen HAH! 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 Das ist grad so ein Schwein und Gerass HAH! HAH! Das ist grad so ein Schwein und Gerass Oh, leck mich! Du blöde Schubbücher HAH! HAH! Versuch das alte Kind hier oben Ich muss mal nicht, dass jetzt wieder so ein Creeper hier rein kommt HAH! Das war geil! Das war geil Das war geil These Diese Die 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 Geht schon mal mit Schwerf. Kloppeile. Neunische Peile schwecken. Quadratische Sprache gut. Quadratische Sprache gut. Das ist Rittersturm. Das ist voll dämlich, wenn ich mir eine einfache Wasser fülle. Wasser und nicht füllen. Wie viel hast du Vorteil? Das passt schon. No? Bei dem C habe ich O. Ich habe vor meinem Haustaus. Ich habe vor meinem Haustaus. Was für eine Werkbank? Ich habe keine? Nein, in meinem neuen Haustaus. Nein. Du scheiße, wenn du dich aussuchst mir. Warum wachst du mir? Du totalisierst mein Leben. Warum wachst du mich so an? Morgen habe ich ein Brat Zucker und ein Natalesmittel. Hä? Morgen habe ich ein Brat Zucker und ein Natalesmittel. Ja! So was weiß ich, was nicht super ist, oder? Nein! Es erinnerbar aus an den Schwanz. Wir dürfen so lange nicht catchen. Du darfst aber nicht catchen. Ich darf schon! Bist du bei mir? Nein! 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 Ich muss noch nicht catchen. Ach du brauchst Sand plus! Ja! Ich brauche Sand zu hier. Ich meine, in riesen Linksraum. Wo? Wohoho! Da würde ich mal sagen. Wohoho! Da würde ich mal sagen. Nein! 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 Ist mir egal. Das wär cool! Ich hab Brot und ich hab keine Angst es zu benutzen. Ist ja auch nicht weiter. Das ähnlich wie du bist, soll ich doch nicht benutzen. Weil ich hab's dir nämlich gemacht, ne? Und du bräuchst jetzt noch Fackeln, ne? Und letztens. Oh, scheiße, oder wie? Irgendwo ist das nicht so schlecht. Ich hab's nicht so gut zu reichen. Ich hab's nicht so gut zu reichen. Ich hab's nicht so gut zu reichen. So dämlich, ich muss halt einfach sein. Nach quedern sie so gut zu reichen. Hmmm, du wimmst auf dem Schicht! Prozent 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 Kronen Prozent Euro Prozent Ich hab 5 Levels jetzt, wie hast du? 10 Ich komm denn da? Du bist zu mir gesorgt, du hast auch noch mal 5 Levels Ja 6 Ja Und auf dem Tor ist eigentlich schön Hatten wir... Wann dann... Wer muss immer den Moment eingeguckt, wo ich gestorben bin? Ja Das war lustig Das war... Ich bin ein Hähnchen Ich bin ein Hähnchen Muuuuh Kannst du die Pfandammeln? Ja, so kann ich mal so So, so Ich bin ein Hähnchen Muuuuh Ne, ich bin ein Iserchen Muuuuh Das war cool Mit der Klonfiegel Muuuuh 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 Oh mein Gott Alter, wie viel... Alter, das ist doch übelst viel Kohle Ich fand schon mal wieder auf der Lesen scheiß Krass Mit Martin Nein Oh Gott da Voll krass Voll krass Was sag ich ja mit Was sag ich ja mit Sag ich das... Kannst du dich... Was kannst du dich leicht rausgelassen? Also du sagst, wo ich dich schon... Du bist so verdammt, ne? So Und dann bin ich wieder da Und dann bin ich wieder da Ich hab mich geschlossen, ne? Ich hab mich schon mal Ja, 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 ja Na, was willst du von mir, hä? Na Na Was? Du bist so verdammt, ne? Du bist von mir ein... Außerirdisches Kind Du bist von mir ein... Außerirdisches Kind Du bist ein Reischer Du bist ein Außerirdischer Du bist ein Außerirdischer Hm Woa So Zwei Boote Die Du auch Ho 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 Ein Stöcke Müsst du mal in meinem Tag einstehren Bei einem dich Ein Hoch Oh mein Domi Senkst du dir nur viel Sachen auf? Oh Was denkst du nur für Sachen? Die nur Kinder machen. Ich dachte gerade, hier kommt ein Creeper rein. Kikaraki! Kikaraki! Ich bin ein Gumpelhahn! Jetzt springt's noch einmal! Kikaraki! Du fickst mir lieber keine Oma an! Ich hab mir jetzt schlossen, ich fick keine Oma an! So eine mega Zucker-Omaform wäre schon krass, ne? Ich bräuch die mir gerade, ne? Das nennt sie ernst. Wackeln! 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 Ah! So witzig, komm rein! Das ist einfach fit, denk ich für dich. Eins, zwei, drei... Ich hab mir noch viel... Kohle! Oh, hab ich vor. Noch mehr Kohle! Mal eins, zwei, drei... So! Oh! 28 Minuten! Ah, da! 20 Minuten! Das wird echt nicht mal ein bisschen längere Folge, soll ich sagen. Aber 60 Minuten lang ist doch echt nicht mehr. Merke, bitte! Huh! Ansonsten... Das war... Das war gemein! Für dich! Ich bleib mal! Nein! Was ist hier dahinter? Ein Cheating-Labor! Oh, cool! Ein Cheating-Labor! Wie viel Kohle ist hier?! Oh, ich muss die Bank fahren! Vergrabene Bank! Vergrabene Bank! Oh! Ich hab' mir einen Gumpo! Ich mach' mir einen Gumpo! Ich mach' mir einen Gumpo! Einen Gumpo! Einen Gumpo! Schalten! Oh, du, mir hat's grad gefurzt! Ich glaub' mal eher du, ne? Oh, das stinkt, alter! Ich krieg' mal auf! Wir müssen mich nicht! Oh, alter! Ist das so gut! Ich hab' ich hab' nicht gefurzt, Mann! Oder hast du so? Selbst wenn, dann hast du gewurzt! Gar nicht! Oh, du bist der ja nicht dafür... ... also einen Potschiff dazu. Ich weiß jetzt, wie man an die... ... an die... ... ähm... ... Kisten die Schöner anbekommt. Wie? Ich glaub' mit Schiff. Ich hab' da Schiff gedrückt. Ne, ist aber kein Schiff. Ne, nicht mehr. Ach so! Ich könnt' ihn mal... Ich probier's doch nicht. Ich auch nicht mehr. Ähm... Nein, ich brauch' einen Stab! Da fahr' ich wie mit dem Holzfrieser mit. Boah, ey, sag' jetzt, ist das schon wieder nach! Ja! Ähm... Nein, nein, ich brauch' alles. Ich hab' zwei Schilder, aber... Ich hab' vier Schild... ...oh... Ich hab' vier Schildern, ich hab' vier Schildern. Ja! Ich muss an die Kiste! Ich glaub' ich's! Ja, ja, ist der jetzt dritten. Das war's! Und die vielleicht lange schieben würden, ist der nicht einfach. Ne. Das geht schon nur, wenn du pissen. Hä? Du musst besser mit Prenner, wenn du nicht für Wasserfälle auszuschauen hast. Ja. Achso, ich meine, das war ein Stück. Ja! Dann musst du anlauernd rausrennen, immer die Tür auflassen. Dann ist wieder 30 Creeper dein Haus erobern, ne? Ja, genau. Und denken, ähm, wie böse das Haus. Ja, ne? Was denken wir von euch? Oh mein Gott, du hast auch Kohle gefunden. Kohle gefunden. Ich hab Kohle gefunden, hab ich gedacht. Oh, quasi Kohle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab mich in den Lager. Könnte man zu uns sagen. Ohohoho. Ohohoho. Oh, noch mehr Kohle. Oh, leck mich doch. Noch mehr Kohle. Noch mehr Kohle. Oh, das ist doch. Nee, da auch noch nicht. Haah. Schön. Wie ist es? Wie kann ich ja auch noch mal wissen? Wie sieht der, die Schluchze, die noch irgendwie auf die Zeile ausgerichtet? Ja, das ist doch nicht so. Einigen. 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 Aber ich weiß nicht, wie wohl es ja nicht. Oh, das ist ja nicht so. Ich komm nicht mehr raus. Alter, der Art viel cool ist. Oh mein Gott. Nacht? Ja. Ja, mal gucken. Äh, ich hab auch ne Packe übrigens. Ich hab auch ne Packe gebraucht. Packe. Denkst du, wie ein Faschistier-Patient wiederhört? Ne, mein Freundin hier. Herbert, was hast du denn du dabei gedacht? Einfach so in ein Haus und explodieren. Einfach so in ein Haus zu spazieren und zu explodieren, ist nicht cool. Herbert hat Angst vor dem Huber. Ah, ein Creeper! Das war der Typ von... Was war der Freund von... Das war der Freund von Creeper. Hallo, hallo! Ah, ein Creeper! Und so... Ja, aber da wird doch langsam mal Zeit. Und dann so... Ah, Creeper! Und von der Kohle auch nicht. Also, ich hab jetzt... Ich hab zwei Level zugenommen. Woher wir dieses... Eis... Kohle haben. Da oben ist noch mehr. Möge, meine Faschistier! Meine Faschistier! Möge es Soll in Meisburg. Ansonsten Kohl, eine gute Filme! Nein! Ansonsten Kohl, in September! Kohl, eine referene Kristoffe zu geben! Ach, 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 ach! Ja, das ist so drauf. Also, Kohl, eine... Oh, jetzt verrückt dein Skelett. Ich geh mal raus. Das ist ganz cool, das Essen ist in der richtigen Kabi, also in der Dingskabi ist bei uns jetzt. Wir kriegen Essen morgen. Jo. Was gab's denn bei euch heute? Äh, also ich hatte heute Kartoffelsuppe. Ich hatte heute Nudeln. Ne, auch von der Kabi? Ne, von OS oder sorry. Von der IS. Ähm, Laola oder so wie das kommt? Laola, oh Gott, Laola? Die kriegt das von der Laola. Die haben einen tödlichen Unfall gebaut, da sind zwei Rentner gestorben. Kannst du mir glauben? Wirklich? Ne, ich will das, ne? Wovon das ist, glaub ich, stimmt. Ne, wirklich mal, das kannst du mir glauben, Laola ist nicht gerade so. Ja, muss ich dir eben sagen, Hallo Villager. Ich geh segeln. Die waren übelste... Auf die Kländen. Die waren übelste gescheucht, ne? Ach schön, so einfach zu segeln. Ich geh mal über die Karte. Oh mein Gott, mein Wund ist kaputt. Glaube ich. Ich reise auf die kleine Insel Mallorca. Mach mal die Außenkamera an. Oh, hier hört man richtig schnell! Wuhu! Speedboat! Speedboat gegen... 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 Dings gefahren. Speedboat kaputt. Ich sehe, wo sie fahren, Speedboat kaputt. Aber doch haben wir mal getraten! Das ist so lässig! Kein Holz? Was? Wieso bin ich da jetzt fast hoch an die Lackfakte rum? Damit... Da sind gerade dämlich viele Fackeln, ne? Also... So... dämlich viele! Hilfe! Jetzt können wir Zucker rausnehmen. Okay. Bei mir kannst du bloß 3 hochwachsen. Nein! Nein! Ich muss da lang! Komm! Komm! Speedboat! Lass mich nicht hier im Stich! Ich muss da lang! Lass mich nicht hier im Stich! Ich muss da lang! Komm! Oh nein! Nein, nein, wir doch keine! Mega, hier gibt's Kind und Fische bestimmt! Ich muss da auch nicht. Er ist etwas riesiger Sehne, ne? Wer ist etwas riesiger sehr? nachdem ein kopf ich habe zu bereiten haben wir wollen ja mit der drohung der reihe die mann auch noch nicht eben um schaffern ich brauche schärfchen ein ein auch schärfchen nach dem kopf schäfer ich bin ein kürzer Miau! Was will ich sagen? Miau! Ich bin eine Katze. Miau! Miau! Dann sagst du immer, ich bin eine Katze. I, A und so was. Hä, gar nicht. Meine Katzen sind schon. Ich bin nicht genügend. Katzen sind von ihm. Da kommt so ein Enderman. Da hat sich das reingeportet. Da kommt so ein Enderman vor. Hallo! 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 YOLO! 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 YOLO, Ich meine, ich bin... Na, nur, also... Nicht, dass nur Folgen mit Mikro kommt. Also, das könnte ich nicht sagen. Ich würde mich nicht sagen. Es ist echt viele Folgen mit Mikro kommt. Es wird dann der Rest von Vago noch sein. Also, wenn ich hoffe, dass es so 10 geht. Krieg, muss ich ja noch weitermachen. Wie ne? Muss ich ja auch noch weitermachen, ne? Ja, oder? Na gut, du kannst trotzdem noch weiterspielen. Du darfst... Hast halt verloren. Ja, woher? Wie? Kannst du da noch weiterspielen? Du darfst... Du darfst... Ja, ah, schlimm, ne? Ich brauche zwei Pfaden. Der Steuerskreuz kriegt eigentlich gar nichts. Ja, das bringt nichts. Ja, das bringt nichts. Ja, wenn ich keine wieder... Scheiß Dank holen sie muss? Ja, brauchst du... Ich hab ne unendliche Wasserquelle. Leider geht die nicht. Ich hab nämlich kein Eimer. Ich hab keinen... Weil ich hab nämlich keine Höhle, wo Eisen drin ist. Nee. Na ja, ich brauch, äh, Eisen für einen Eimer. Hallo... Hallo Süße. Hallo Süße. Oh, eine Blume! Rot und gelb-gelb. Oh Gott! What the... Oh... Mein... Fucking... Gott! Oh Gott! Alter... Wie warst du nicht so leistetig bist? Hey, eine Spinner, cool. Die töte ich jetzt mal, weil ich fahre. Das können wir nicht tun, weil ich nicht tun! Es... Verdammte Scheiße was! Hey! Verdammte Scheiße, esst endlich was! Hab ich was? Nein. Hm... Hey, da sind Schafe! Cool! Esst einfach was! Esst einfach was! Ich geh schnell mal in meinen... Ja, geh einfach mal da rein. Ich hab da nämlich, glaub, noch Brot. Ich hab noch Brot. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ähm, ich brauch kein Brot. Hör! 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 Alter! Geht wieder... Die Elbste des Zuckoburgs geht wieder daneben. Ding! Genau, das wollen wir gespielen. Ist das überhaupt Tag? Ja, man muss ja noch... Abend gehen, Mann! Ich hab mich grad durch die Tür gebackt. Und? Und? Was meinst du jetzt mit und? 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 Oder? Das weiß ich nicht. Was? Warum weißt du das nicht? Warum weißt du das nicht? Warum? 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 Warum ist das hier so ein Tun? Warum tut die ganzen Tiere da rein? Das weiß ich nicht. Nein. Nein, wirklich nicht. Weil... Weil... Da weiß ich nicht weiter. Oh! Mann! Das nervt mich! Nein! 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 Ich brauche Weizen auch! Ich brauche auch Weizen! Ich brauche auch Weizen! Ich hab die Weizenpaar! Du! Du! Habe ich nicht! Was ist hier überhaupt Tagen? Ich weg das nicht mehr, aber... Ich nenne mich jetzt gerade nicht genau... Und meine Achse ist hot! Das war schräg. Es wird nah. Und ich brauche Weizen. Pflanze ich gleich an. Wo sind Weizen dann? Ja, ich suche das gerade jetzt. Du hast nur ein Weizen. Ein bisschen mehr. 27. Okay, okay, okay. Ganz ruhig bleiben, Mister. Was? Was hast du gegen Mister Pookie? Hast du einiges? Ja! Der nächste scheißverdannter Erfolg. Den scheinen der Schwester kommt. Ja! Alter, ist meine zweite Spitze schon wieder Schrott? Alter, ich glaub's ja wohl, ne. Ja, ich glaub's ja wohl, ne. Ich hab aber keinen Eisen. Ich hab aber keinen Eisen. dummer Schüler. Ne. Ähm. Was ganz normaler Schüler haben wir aus dem Natrium-Konzept. Ich mein, ich bin auch nur ein ganz normaler Schüler, ne. Ich bin auch aus dem... ... Was ist denn? Ich hab ich auch nicht zusammen. Ah, ich hab schon! Das ist meine Weizenform. Okay, Domi? Ich hab ne Eisenmann. Was für Licht bei dir? Du kommst doch manchmal zu mir. Ja, wozu? Vielleicht mal treffen, sagen wir mal. Trinkst du, wenn ich zu dir komme? Ich hab das Wichtigste an die Vaube. Ich hab das Gewoll. Was könnte ich mir denn noch bauen? Alter, was? Ich hab noch nicht... Ich will jetzt mal einen Creeper mit dem Pfeil und Bogen töten. Wie ist das für eine Creeper-Kappe? Die will ich. Oh, ist hier einer. Das ist kein Creeper. Das ist kein Creeper. Das ist kein Creeper. Die gibt's nicht. Ich würde doch mal lieber ins Haus sehen. Die gibt's ja oben nicht. Doch da oben. Ich hab keine Rechte. Wo? Wo denn? Guck mal weiter hoch. Da hin. Da hin. Ach, da. Ja, ey. Ich hab mir schon was angewacht. Da hin. Dann krieg ich eh nach. Ey. Kann ich gar nicht. Du hast mich nicht gehört, ne? Du musst wieder einen geschahntes Bruch haben. Das kriegst du so schon kaum hin. Boah, jetzt endlich kann ich Weizen an Zuckerrohr. Oh, jetzt endlich kann ich Weizen an Zuckerrohr. Ich würde mal ein bisschen was für deine Kinder tun. Du kannst jetzt doch einfach so, wenn ich jetzt die Zombie töte, denke ich hab noch viele Herzen. Ja. Und dann bist du auf jeden Fall tot. Und dann ist das Projekt futsch. Und dann sind wir toll. Weil wir 50 Minuten überzogen haben. Wir nehmen dann noch 10 Minuten Wind. Die machen so lange, bis wir es nicht mehr haben. Wo ist der jetzt? Die Hände nicht mehr so ein bisschen hoch bauen. Okay? Das ist gut. Ich bin jetzt tot. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Komm, oder? Naja. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Hier. Enderman. 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 Guck mal, ich habe eine Blauschwanne. Und dann sind wir noch so eine Schöne. Ich habe eine jetzt kriege ich den Kunde. Aber du hast halt jetzt auch den Fazooker. Hä? Der hat jetzt ein Handy. Du hast ein Handy und den Fazooker. Was? Ein Fazooker. Achso. Der Ball. Den habe ich ja auch morgen oder übermorgen. Der, den habe ich ja auch morgen oder übermorgen. weil ich bin lieber Alter Enderman Keine Ahnung Scheiße Tag Was? Da macht er nicht genau so viel Genau Und den Pfeil da hat schon nicht viel Macht Weil da braucht sich immer dann kommt der Pfeil Wenn ihr dich voll Wenn ihr Enderman mit Pfeil geschickt habt guck Da vorne hast du gesagt! Das zieht dich nicht, oder was? Nein, das zieht Böder! Oh mein Schein! Oh mein Schein! Der kommt glopp ned herein, oder? Nein, das ist 2 Blöck hoch! Ja, ja, da kann der... Da kann der... Oh mein Schein! Oh mein Schein! Weißt du, als ich den Enderman getötet hab? Ja, da hat man immer ein bisschen mit Cheats gespielt, ne? Okay, so... Ja... Jetzt schreibe ich mal mit der Zuckerrohr an... Ich könnte auch mit der Zuckerrohr überhaupt... Ah, ich hab eine Zuckersucht... Ich hab eine Zuckersucht! Die werden vielleicht schon geil, ne? Du hast viel gebrochen! Ich kann nicht alles anfangen! Ne, jetzt ist kaputt! Dann baust du mal irgendwann einmal ein Bett! Und du dein Scheiß Leben endlich mal beendest! Hä? Bau dir mal ein Bett! Nein, ich hab keine Rolle! Dann fahren wir am nächsten Mal selber! Aber du greifst mich an! Ja! Ja, das tut das! Ich bin ja selbst befestigt! Was soll man machen? Ich hab... Wenn ich ein Bett hab, dass du dir eine Folge für ihn fangen? Nee! Wir machen das so, wie wir es vereinbart haben! Dann ist gut! Dann ist gut! Dann ist gut, dann ist gut! Gut! Es wird Tark! Ja! Wo ist Enderman? Da hinten ist eine Spinne! Aber keine Sicht vom Enderman! Nein! Wo ist denn der Creeper? Steig mal nach vorne! Wo ist denn der Creeper? Der ist jetzt nicht mehr da, oder? Da ist der Creeper! Da ist der Creeper! So! Ja! Oder schießen! Ja! Ich bin ja auch... Also eine Mini-Form von Kasten! Ja! Ja! Und der... Und der jetzt! Wo ist der jetzt? Da hinten ist ein Creeper! Das seh ich da! Dass der hinten ein Creeper ist! Das seh ich da! Dass der hinten ein Creeper ist! Ich bin der dumme Walking Dead man! Wie Walking Dead! Das ist nicht Walking Dead! Es ist Tark! Oh man! Das war ein Zombie da! Creeper! 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 Creep! Creep-Flip! 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 Heißt eigentlich... ... wirklich... ... wie frieb ich ein besserer Name! Oster! Alter! Komm mal nach! Ich werde dich zur Beute! Ich kriege doch richtig zur Beute! Häh! Mann, du Scheiße! Häh! Ich meine diese kleine dünne Zuckeraufgabe hätte schon zugereicht! Mann! Äh... Häh! Ich hole dir die Pfeile wieder ein! Mann, ne! Schöner Creeper, Mann! Den hatte ich so schön im Gepäck! Wo ist hier noch ein Creeper? Da war doch erst auch einer! Wackelst du nur an dem... Ähm... Der Hund bist du aber, ich will dich nicht haben! Ich will den Creeper haben! Wo ist der? Ich hole mir erst mal eine Spinne! Die Spinne da! Ja! Ich bin so richtig laut für dich! Jedenfalls! Ich brauche auch nämlich Angeln! Ich will nämlich vier Stück fangen! So, hier war auch noch irgendwo eine Spinne! Da war ein Creeper! Mann, hier sind keine Creeper, Mann! Oder wenn du ihn siehst, sagen wir mal Bescheid! Da! Da! Nicht töten! Nicht töten! Ah! Nein! Mann! Mann! Hör jetzt auf meine Pfeile einzusammeln! Ich will ein bisschen Brot verbrauchen! Nein! Zuckerrohr! Zuckerrohr! Mann! Ich will einen Creeper haben! Alles wackelt immer voll an die Bildschirme! Entschuldigung! Ich bin so sauer! Ich bin so sauer! Ich will einen Creeper! Ich will meinen Creeper haben! Ich will meinen Creeper haben! Das ist so unfair! Ne? Wie ist jetzt mit dem PC doch? Nee, ich war gleich mit der Tobe! Oh! Hallo, Leon! So! Ich bauen mir dann heute die Anlage auf! Zum Aufnehmen! Also zum ordentlich Aufnehmen! Hey du, ich dachte, du machst das erst mal Prostentenfolge! Ich hab heute überhaupt kaum gemacht! Also nehmen wir dann nochmal auf! Nein! Komm, wachs doch endlich! Was ich mit Bonemeal machen! Oder? 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 Wie ich's ähm... Turn-Up machen würde? Würden? Ich hatte mal Bonemeal! Aber das ist doch schön! Warum dürfen wir es so machen? Wachs! 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 Alter das ist voll viel Zuckerrohr! Ja! Nein! Da ist Zucker! Nein! Wieso wachst du denn? Da ist ein Creeper! Nein, das ist ein Bauch! Scheiße, ich brauche Creeper! Ah, cool! Ich brauche Creeper! Ich brauche Creeper! Wie viele Pfeile habe ich überhaupt nach? Zehn oder so? Ach... Schweine! Ich will die keine Schweine! Ja, Schweine! Ich brauche Creeper! Ich habe Schuhe! Und ich brauche was zu essen! Na ja, sage ich nicht. Die Schweine! Ja, wenn ich. Was hast du dir nicht, dass das alte Ausbilder ist. Wenn du, bist du es Arte? Nein! Das kann ich nicht! Es geht nicht! Ich glaube eine Lüchse! Ich kenne, die Lüchsse! Ich kenne, aber! Ich kenne, die Lüchsse! Ich kenne, die Lüchsse! Ich kenne, die Lüchsse! Ich hab's auch schon mal. Und ich sag dir, das kann man eine Weile machen, weil du da halt keine richtig gute Gewässerung hast. Ich hab auch nicht mit viel besseren Gewässerung als du. Da ist doch nur ein Gewässer. Da sitzt das Wasser rüber, ne? Du hast genauso wenigstens, ne? So. Magst du schnell? Ist schon mal. Ich hab's gut. Ich bin so für Creeper eigentlich mal. Du bist ja auch nicht derjenige. Ich brauch Creeper. Ich brauch die Creeper-Körper. Ich möchte jetzt diese Creeper-Körper haben. Das ist schon cool. Aber... Das ist ein Zuckerrohr. Eigentlich ist es so nicht so nützlich, ist es ja nicht. Aber... Es hat halt gar nichts, was man abbauen kann. Das sieht man natürlich von der Creeper von Ikea. Wir bauen ein schönes Eisen. Corona. Corona. Komm, komm. Da hilfst du mir dann bei dem Aufbauen, ne? Ja. Nehmen wir dann noch eine Folge auf? Aufbauen. Aufbauen. Wochenende kann man ja nochmal aufnehmen. Ja. Aber du nimmst... Aber du machst eine alleine, okay? Du machst mich alleine. Super! Ja. Ich sag' ein paar Folgen alleine aufnehmen. Aber nicht warum. Also aufnimm nicht. Wir? Vielleicht. Haa! Sag' die Kette, sag' die Kette, sag' die Creeper! Mann! Alter! Sag' die Kette, 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 sag' die Kette. Da hinten. Oh, das reicht mir jetzt auch, ne? Ich hab' einfach keinen Bock mehr, weil er so dumm ist, ne? Oh Mann, du bist so dumm! Hey, Creeper, Creeper, ich brauch' Creeper, ich brauch' Creeper! Du kommst hinter dem schönen Creeper, schön krass, ne? Na, schön, ich war aber ein Sneak, wo das... Na, da musst du'n ausmachen! Ja, wollte ich ja gerade! Mein Gott, ey! Hey, nehm' die Maul. Was? Nehm' die Maul. Ne, wir nehmen jetzt erst mal länger auf. Weil wir haben eine Stunde, drei Minuten, das ist sehr, sehr viel. Hm? Was ist das? Achso. Ähm... Hm... Wollen wir noch mal kurz zu deinem Schwenk? Ach! Über deinen Tipps, bis zum nächsten Mal! Oh... Ohja!